Gehört ihr zu einer der Karawanen, Khajiit? Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Aidsweyer zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der Achtgöttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Ätherius übergeben. Und Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Es ist in den Balken! In den Göttern! Ein Drache! Wie ist das möglich? Das ist in den Balken. Wie ist das? Wachposten. Bremst du die Stadt? Ich hab' die Stadt. Hey, Herr 맛ik! Hau mit euch! Kommt schon! Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren. Hier entlang! Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los! Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Los geht's! Wir müssen nur eine... Hier entlang! Schnell! Zurück! Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter! Los! Wir folgen euch, sobald wir können! Ja! 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 Hörnert euch um den Jungen! Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen! Die Götter mögen euch leiten, Adva! Alles, was wir haben! Bleibt da bei der Wand! Ja! 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 Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht. Ich stehe auf eurer Seite! Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ganz harte. Das war knapp. Wartet! Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Sohn. Ich bin jetzt fertig. Halt. Das ist ein Spiel. Jungen.